Hallo liebe Lo-youtube-Freudewald, läuft aber mal raus. Ich bin am Rapsspritzer, ich bin ein Insektizid, Supermetrin, gegen Rapsherdfloh und Killmore, ein Fungizid, um den Raps gesund zu halten. Das Mittel hat auch die Eigenschaft, dass der Raps nicht in den Stängel wächst, also dass er eine gute Rosette macht und nicht in die Höhe schiesst. Plötzlich, wenn es zu warm würde. Ja, so läuft es da beim Maurer aus. Und es ist schon Gittel nach sieben, ich muss mich da sputtern, damit ich da fertig werde. Dann ist auch noch das Mittelflutzi beigemischt, das ist gegen Getreide, Ausfallgetreide, das da wachsen kann. Hier war ja Sommergetreide gesert. Und habe ich da das Flutzi dazu gemischt. Ja, geschafft! Und das Mittel hat auch gereicht, das ist immer auch wichtig, dass man da nicht noch irgendwie 50 Liter zu wenig hat. Ich bin froh, es hat gereicht und es ist jetzt. Angelegenheit